Habt ihr mitbekommen, dass einfach Game of Thrones bzw. The House of the Dragon Shrek komplett kopiert hat? Zügt euch diese Szenen rein! Das ist 1 zu 1 Shrek einfach! Ich bin grad von Glaubers runtergeflogen! Da fliegt gleich sogar so ein Schwein runter! 1 zu 1! Ich hab beides gesehen, ich hab's nicht aufgefallen, dass ihr jetzt das Titel mitbekommen und da schüpfchen. What?